Woran lag es mit den Karten? Keine Ahnung, was bei mir da schon wieder nicht funktioniert hat. Es hat einfach nicht funktioniert. Die Seiten haben nicht geladen. Ich habe es über verschiedene Endgeräte, über verschiedene Browser versucht. Ich werde jetzt einfach morgen irgendwann in Fanshop gehen und versuchen mir da eine Karte zu kaufen. Also ich versuche es morgen noch mal im Fanshop. Ich wollte drei Karten käuflich erwerben. Hat leider nicht geklappt, obwohl ich ja extra die E-Mail bekommen habe. Ich habe extra die E-Mail bekommen von Hertha an die Mitglieder, dass der Vorverkauf jetzt startet und trotzdem konnte ich über den Link nichts machen. Ich habe keine Ahnung wieso. Ich habe tatsächlich keine Ahnung wieso. Ja, etwas kleine Planänderungen. Ich wollte heute eigentlich mit euch, also ist ja eigentlich, was heißt, kleine Planänderungen, große Planänderungen. Ich wollte heute mit euch auf die Hertha PK reagieren, auf die Hoffenheim PK reagieren und noch einiges anderes machen. Aber die Hertha PK ist erstmal schon mal morgen. Dann kam er dazwischen, dass Felix Magath, Magath und die Jungs, Magath und die Boys, ja leider Corona positiv getestet wurde, beziehungsweise Corona ist Felix Magath positiv getestet worden. Und ja, von daher wird die Pressekonferenz morgen, die ja sowieso erst morgen stattfinden sollte, aufgrund, ich glaube, weil heute zwei Training angesetzt waren, zumindest ein Training am Nachmittag. Grüße aus Köln in den Chat. Grüße zurück, mein lieber FC Micha. Ja, und deswegen wird die erst morgen stattfinden. Danke für 100 Magath. Egal wie hart du trainierst, Magath trainiert Hertha. Tja, so ist es. Das ist der Standardsatz in den letzten Tagen. Und da müssen wir leider noch was besprechen, weil wir leider nie wieder auf PKs reagieren können. Ich kann euch auch gleich sagen, warum. Es liegt auf jeden Fall nicht an Hertha BSC, aber begrüßt erstmal recht herzlich ein neues Community-Mitglied. Und zwar hier regiert der BSC. Der Name ist Programm. Herzlich willkommen in der Edelmann-Community. Danke für deinen Twitch-Prime-Sub, mein Lieber. Du hast hier alles richtig gemacht. Du wirst dich hier sehr wohlfühlen. Ab nächstem Monat kriegst du ein Abzeichen. Und wenn du so weitermachst, wirst du auch an dem Gewinnspiel teilnehmen. Ja, vielen Dank für deinen Support. Einen Toast auf dich. Jetzt wärst du ein Sandwich-Maker. Ja, ich habe heute ein Telefonat gehabt mit einer sehr, sehr netten Mitarbeiterin von Hertha. Die hat sich bei mir gemeldet aus dem Medienbereich. Ja, und zwar hat sie mir mal erklärt, also ich habe Kontakt gehabt zu jemand anderem, der bei Hertha arbeitet. Und ich habe den mal gefragt, ob das alles so klar geht, dass ich auch auf die Pressekonferenzen reacte und auf eine Woche im Blau-Weiß und so weiter. Und dann hat er das quasi weitergeleitet, beziehungsweise die haben die Videos von selber gesehen, weil die Pressekonferenz Reaction auf Felix Magaths Pressekonferenz so viele Klicks hatte, hatte sie das irgendwie selber gesehen. Und ja, dann hat sie mich mal netterweise angerufen, nachdem ich ihr geschrieben habe und hat mir dann auch klar mitgeteilt, dass das auf jeden Fall gar nicht geht, dass ich auf die Pressekonferenzen reacte. Aber nicht, weil Hertha, also weil sie das jetzt nicht genehmigen würde. Das würden sie machen. Das ist ja für die auch nicht schlimm. Ich darf auch weiterhin auf hier Interviews und so weiter reagieren. Aber das war mir auch nicht so bewusst. Die Pressekonferenz Videos, also die Pressekonferenzen sind, also die Pressekonferenzen sind gar nicht quasi urheberrechtlich Eigentum von Hertha BSC, sondern die sind Eigentum von der, also das ist von der Lizenz von der DFL, also vom DFB, von der Deutschen Fußballliga. Und dementsprechend kann sie mir überhaupt, sie darf mir gar nicht die Freigabe dafür geben, weil das ist gar nicht deren Content. Und damit hat sich natürlich leider, ich bedanke mich gleich Fabster, damit hat sich natürlich leider auch, es ist sehr, sehr schade, weil es mir immer sehr viel Spaß gemacht hat, aber damit hat sich natürlich auch erledigt, dass wir generell auf Pressekonferenzen reacten, weil das ist bei allen Pressekonferenzen so. Also das Material von allen Pressekonferenzen, es sei denn, die würde jetzt mal nicht um die Bundesliga gehen, sondern es würde sich irgendwie um, keine Ahnung, irgendwie den Sozialbericht von Hertha BSC handeln. Dann dürfte man darauf reagieren, beziehungsweise dürfte es auch benutzen, aber so verletzt du halt quasi immer die Rechte von der Deutschen Fußballliga. Und da gibt es dann, bei der Deutschen Fußballliga, könnt ihr euch ja denken, da gibt es dann auch kein, also da brauche ich nicht, also nicht wie bei Hertha BSC, da würde ich jetzt mit, selbst wenn die das nicht wollen würden, da würde man sich da schon irgendwie einen Weg für finden, aber ihr könnt euch vorstellen, dass, ja, dass die DFL da sicherlich zu gar keinen Gesprächen bereit ist. Hinzu kommt noch, dass ja auch andere Vereine, andere Vereine, andere Fernsehsender diese Rechte haben, also zum Beispiel Sky oder The Zone, die sich die Rechte kaufen oder auch die ARD, die haben dann auch die Rechte einer Pressekonferenz quasi erworben und selbst die könnten mich rein rechtlich dann gesehen abmahnen und so weiter und verklagen und darauf habe ich natürlich keinen Bock, vor allem bei dieser Summen, die sie mir da genannt hat, die teilweise auch Hertha selber schon zahlen musste für irgendwelche Verstöße, nur was Bildrechte anging, astronomisch hoch sind. Also da, also um es mal auf Deutsch zu sagen, da kann ich ein Jahr auf YouTube arbeiten und das ganze Geld, was ich verdient habe, dann für so eine Abmahnung quasi bezahlen. Aber erstmal bedanke ich mich bei Fabstar84 für dein T1, du hast ein halbes Jahr dabei, vielen Dank, mein Lieber, ein Toast auf dich als Western-Sandwich-Maker und vielen Dank für ein halbes Jahr Support, da klärt sich einer in den Champions-League-Pokal. Ja, es geht, es hat nichts damit zu tun, ob es geht oder nicht. Ich wurde ja noch nicht gesperrt, darum geht es nicht, aber rein theoretisch könnte auch, wenn ich das auf Twitch mache, ähm, gesperrt werde ich jetzt nicht, aber da ist ja danach auch ein VOD online und so weiter, aber rein theoretisch, wenn ich es mache und die schneiden das mit und können nachweisen, dass ich das gemacht habe, können sie mich verklagen. Und dadurch, dass ich halt immer größer, äh, werde, ist es halt, ähm, tja, ich will ja keine schlafenden Hunde wecken. Und hinzu hat sie mir auch noch gesagt, also sie hatten selber auch das Problem teilweise schon, dass ich selbst bei den, äh, Thumbnails, also bei diesen Bildern, die ich immer vor die Videos mache, wenn da jetzt ein Pal Dardai ist, äh, wenn da ein Pal Dardai ist oder irgendjemand anderes, den ich abbilde oder heute Felix Maggert, da könnte mich jedes Mal der Fotograf für abmahnen und das sind Summen, wo sie auch meinte, hatten sie bei Hertha auch schon, die sind astronomisch hoch. Die sind astronomisch hoch, das heißt, ich werde auch bei den Thumbnails jetzt, äh, darauf achten, dass ich das natürlich nicht mehr mache, äh, werde die auch alle rausnehmen, die ich dabei hatte und, ähm, ja, ist sehr, sehr schade, aber so ist nun mal das deutsche Urheberrecht, was soll ich machen? Was willst du machen? Und da, es machen natürlich, etliche Menschen machen das, ist klar, da kann man immer sagen, ja, der macht das doch auch, der macht das doch auch, ja, aber nur weil es jemand macht, heißt es ja nicht, dass es erlaubt ist. Und wenn jetzt ein, äh, Ellie Geller irgendwann mal 30.000 Euro zahlen muss, dann sagt er, es juckt mich nicht, das mache ich mit, äh, mit zwei, drei Streams habe ich das wieder drin, äh, wenn ich das aber zahlen muss, dann bin ich, äh, insolvent gefühlt, ja, also, äh, das ist es mir dann leider auch nicht wert. T-Bash, mein lieber, danke für 100 Bits, damit solltest du über die Runden kommen, für die Abmahnungsbits, ja, mal gucken, wie weit, mal gucken, wie weit, mein Lieber, aber trotzdem, danke natürlich für 100 Bits, mein Lieber. Ich glaube nicht, dass das so einfach ist mit den Tonrechten. Ja, so ist das halt. Ja, so schlimm ist es nicht, also, wir haben uns halt darauf eingestellt, dann machen wir halt, äh, mehr andere Streams, ist ja auch kein Problem, äh, wo es Kaminski, wenn man die braucht, ist ja auch kein Problem. Bloß, ich muss ja euch ja mitteilen, warum es nicht geht. Äh, ich glaube auch, das mit der Stimme ist rechtlich nicht erlaubt. Also, im Endeffekt geht es ja um die Inhalte, es geht nicht nur um die Bilder, es geht ja um die Inhalte. Und, ähm, die sind nun mal, ähm, ja, bei denen, bei denen, die die Lizenz erworben haben und bei der DFL selbst. Ja, so ist es. Also, habe ich euch auch erklärt, warum wir das jetzt nicht mehr gucken werden. Ich meine, äh, generell, ne, wenn ihr euch so dieses Reaction-Game anguckt, ist es sowieso ziemlich, naja, ich sag mal, eine Grauzone. Es gab ja auch schon einige, die zum Beispiel Montana Black so den größten überhaupt, ähm, ähm, den größten überhaupt bei Twitch und YouTube angezeigt haben und der musste dann auch Geld zahlen, dafür, dass er auf Videos reacted hat und hat dann am Ende auch gesagt, ähm, ja gut, aber ich habe dir ja Reichweite besorgt, ja gut, aber das ist Urheberrecht. Und umso erfolgreicher du wirst es, desto eher kommen Leute an, die irgendwie Geld von dir haben wollen, ja. Das ist nun mal leider so. Einerseits ist es ja auch richtig, muss man ja auch mal ehrlich sagen, weil wenn einer ein Urheberwerk erzielt, also ein Fotograf ein Foto macht, dann will er damit natürlich auch Geld verdienen. Andererseits denkt man sich auch, ja gut, aber das ist doch eh schon im Internet, also ich erzähle jetzt nicht Geld, weil ich das Foto benutze, was eh schon im Internet ist. Oder ich erzähle, ich schaffe ja mein eigenes Werk damit, könnte man auch sagen, weil meine Pressekonferenz-Reactions waren ja teilweise dreimal so lange, ähm, war ja im Endeffekt dreimal so lange wie die Pressekonferenz an sich, also war ja eine kritische Auseinandersetzung, kann man auch sagen, aber was bringt mir das, wenn dann so ein Multimilliarden-Unternehmen wie die DFL dahinter steht und mich einfach komplett rechtlich gesehen, also was soll ich dann machen, ja, also da habe ich nichts gewonnen. Ach, Kollegah, der ist entspannt, Alter, mit dem könnte man wahrscheinlich sogar direkt schreiben und der würde, äh, ja. Wieso hast du schlafende Hunde geweckt? Äh, habe ich nicht. Die haben, ähm, ich hatte Kontakt aus einem anderen Grund zu Hertha und die hat mein Video halt einfach gesehen und die wusste, dass ich mit dem einen Kontakt habe und dann hat sie mich in dem Sinne, das ist ja nicht mal, ihr kann es ja scheißegal sein, ich kann das ja weitermachen, sie wird mich nicht abmahnen von Hertha, also von Hertha wird mich keiner abmahnen, ich kann auch weiterhin reagieren auf die Interviews, die Hertha hochlädt oder auf, äh, eine Woche im Blau-Weiß, da wird mich keiner abmahnen von denen, aber, äh, sie hat mich einfach, weil sie Medienexpertin ist und auch selber schon Urteile hatte bei Hertha, die mussten selber schon Videos runternehmen und etliches 1000 Euro an Strafe zahlen, äh, sie hat mich da einfach nur gewarnt, das war eher nett, also da muss man wirklich mal riesen Danke sagen an, äh, die junge Dame von Hertha WSC, dass sie mich da vorgewarnt hat. Keistmerk, mein Lieber, danke von der Pizze, tja, da fällt mir auch nichts anderes zu ein, da kann man einfach nur noch sagen, tja, ne, Medienbeauftragte, ich werde auch nichts mit Hertha zu tun haben in dem Sinne, ich werde, will ja absolut unabhängig bleiben, aber das war einfach nett von denen, dass sie mir das, äh, gesagt haben, ja, 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 aber andererseits ist es auch gut, äh, sage ich mal so, es ist vielleicht auch gar nicht gut, äh, wenn man jetzt sagt, äh, ich kriege hier eine Extra, also selbst wenn, wenn die Rechte jetzt bei Hertha wären, sage ich mal, ja, und ich, ich muss mir dann, äh, eine Extra-Genehmigung von Hertha holen und sagen, ja, du darfst auf unsere PKs reagieren, dann würden die vielleicht auch irgendwann sagen, ja, aber dann schau schon mal, wie du darauf reagierst. Äh, eine Woche in Blau-Weiß, die blenden doch auch manchmal Szenen, ja, sowas muss, sowas darf ich halt nicht reagieren, ne, alles, was Content von der DFL ist, darf ich nicht reagieren, also, ich habe ja die Szenen sowieso schon immer weggeblendet, ähm, und die, ja, und, und die, ähm, die, ähm, Pressekonferenz darf man dann eigentlich auch nicht, es kommt ja auch immer darauf an, es geht ja auch manchmal darum, wenn du jetzt einen Schnipsel nimmst, die Quelle angibst und dich kritisch mit auseinandersetzt, ist es ja nochmal was anderes, dann könnte es noch unter Zitatrecht fallen, ja, äh, es kann auch sein, dass du rein theoretisch, es könnte auch rein theoretisch sein, dass ich so einen Rechtsstreit gewinnen würde, aber wer hat denn so viel Geld, um, äh, dafür, für Urheberrecht gibt es auch keine, ähm, für Urheberrecht gibt es auch keine Rechtsschutzversicherung in Deutschland. Das ist nun mal so, und deswegen muss man halt auch aufpassen, wenn man zum Beispiel auf Leute reagiert, wie diesen Manu Thiele, ja, der, äh, ja, irgendwo angestellt ist, ich weiß jetzt, ich, beim Öffentlich-Rechtlichen oder so, da kannst du schon Probleme kriegen, wenn du nur auf den reagierst, weil der selber eher ein Lizenzprodukt dann von denen ist, also, das ist echt, äh, kompliziert. Und ich glaube, dass da auch noch viele Leute Probleme bekommen werden, vor allem die kleinen, ich meine, Montana Black, wenn der auf 100 Videos reagiert, die meisten sind ja sowieso von Privatleuten, die sich darüber freuen, da wird keiner, äh, ihn abmahnen, und wenn ihn dann mal einer abmahnt, dann ist es halt so. Wie kann dieser Manu Thiele gesamte Spielszenen zeigen? Ja, der ist, äh, angestellt bei der ARD oder so, bei irgendwo beim öffentlichen Rundfunk, ähm, das ist ja in dem Sinne kein privater YouTube-Account, der ist ja richtig angestellt und hat natürlich dadurch auch die Lizenz. Ja, nee, das, das macht keinen Sinn. Also, wir werden hier, wir haben hier genug andere Videos, auf die wir reagieren können, wir können ja weiterhin auf den Herr Tana oder so reagieren, ja, äh, wir können auf etliche andere Sachen reagieren, äh, ich hab, wir haben auch zum Beispiel immer noch dieses, äh, Interview von Enes Benatira und, ähm, äh, Chineduide, das ist bei, ähm, es ist bei, ähm, hiphop.de und, ähm, Dankeschön, äh, das ist bei Chineduide, äh, das ist bei, warte mal, ich war hier gerade abgelenkt, das ist bei hiphop.de, da wird ja auch keiner was machen oder der ist, nee, der ist auf seinem eigenen Kanal, aber, ja, so ist es halt. Was hast du heute für einen Tabak? Ich hab immer den gleichen Tabak, ich habe immer den gleichen Tabak und es ist immer 36 Tobacco, immer. Äh, ja, schon belastend waren ja Hauptcontent, naja, naja, also es waren vier Pressekonferenzen pro Woche, äh, wir haben insgesamt, äh, pro Woche, wenn ich das mal, ich hab ja hier so eine Statistik, ich streame pro Woche knapp 30 Stunden, also selbst wenn du jetzt sagst, eine Pressekonferenz war vier, äh, eine Stunde, was ja auch schon hochgerechnet wäre, dann wären es vier von 40 Stunden, das ist ja gar nichts. Der neue Film Tom Bond mit der Lizenz zum Reacten. Ja, vielleicht bin ich irgendwann, vielleicht sind wir irgendwann so eine große Community, dass man auch so eine Lizenz hat, wie der Manu Thiele, aber im Endeffekt, ich will mich auch gar nicht von irgendwen abhängig machen, ja, also von daher, alles gut, äh, dann ist es halt so, ich kann es jetzt eh nicht ändern, so ist halt die deutsche Rechtsprechung und, ähm, ja, dementsprechend würde ich dann heute einfach mal umswitchen auf was anderes, weil ihr habt ja sowieso immer so viele Fragen, die ich gar nicht schaffe, alle zu beantworten. Mein Instagram-Postfach explodiert jeden Tag, aber wirklich jeden Tag, deswegen würde ich einfach mal sagen, ähm, lasst uns einfach, ähm, ja, heute Tommys Coffee Talk machen, das heißt, ich werde heute wieder, ihr könnt hier alle Fragen mich bombardieren im Chat und ich werde auf alles antworten. Ähm, das Video oder das Interview von Roos mit, äh, Chinedu, Ede und mit, ähm, ich verkeh, Enes Benatira, das machen wir ein anderes Mal, weil das geht über anderthalb Stunden, da würden wir jetzt drei, vier Stunden zum Reacten brauchen, so lange habe ich heute keine Zeit, weil ich muss morgen früh raus, aber das können wir alles, alles noch machen. Und am Samstag streamen wir natürlich auch wieder den Watch-Jelong und da gibt es natürlich auch wieder ein Matchday-Warmup, das gucken wir uns auch an, alles kein Problem, bloß die PKs, auch wenn es sehr viel Spaß gemacht hat, gehen halt leider nicht mehr. Liest du im Discord außerhalb des Streams mit? Wie meinst du das? Also ich liese ab und an, gehe ich in Discord rein, aber ich liese mir jetzt nicht alles im Discord durch, also, so viel Zeit habe ich dann auch nicht. so viel, wie ihr da aktiv reinschreibt. So, wer holt Champions League deiner Meinung nach? Ja, das ist zum Beispiel, äh, eine sehr spannende Frage. Ich finde, Real Madrid spielt richtig gut, obwohl die im Moment nicht diesen einen Mega-Superstar haben, Nico, grüß dich mal lieber, obwohl die nicht diesen einen Mega-Superstar haben, finde ich, äh, spielt Real Madrid, die sind so eine eingespielte Truppe, die sind, die spielen schon so lange zusammen, ähm, haben da keine mega-großen Veränderungen drin, ähm, finde ich, die spielen einfach mega gut. Ups, warte mal, hier ist gerade was umgekippt. Ähm, deswegen könnte ich mir gut vorstellen, Real Madrid, ich finde Liverpool dieses Jahr gut, aber nicht so gut, als dass sie die Champions League gewinnen können, oder es wird wirklich mal zu diesem, äh, zu dieser überraschenden Wendung kommen, dass einfach mal Manchester City die Champions League gewinnt, das könnte ich mir sogar auch vorstellen, äh, ich glaube jetzt nicht, dass es ein Überraschungsteam wird, wie Villareal, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Atletico Madrid wird, auch wenn die natürlich schon eine Art Turniermannschaft sind mit diesem Trainer, ähm, ja, von daher würde ich sagen, Real Madrid oder Manchester City. Ähm, wir könnten heute das mal mit dem Discord probieren, das machen wir ein anderes Mal, mein Lieber. Heute machen wir mal noch ganz oldschool, aber vielleicht nächste Woche, ich meine, jetzt fällt ja das weg mit, ähm, das fällt ja jetzt weg mit den Pressekonferenzen, also könnten wir uns ja überlegen, ob wir zum Beispiel Montag, das macht ja der Nico, der hier gerade im Chat war mit seinem Werder-Account auch immer montags, dass wir Montag zum Beispiel direkt, äh, nach dem Spiel quasi, also einen Tag oder zwei Tage oder drei Tage nach dem Spiel, dass wir darauf reacten, ähm, dass wir darauf react, äh, nicht reacten, sondern dass, dass ich quasi diesen Raum aufmache, wo ihr mir nicht nur hier schriftlich im Chat die Fragen stellen können, sondern, dass, äh, ihr mir die, ja, wie soll man sagen, audio, audio-mäßig stellt in Discord, also dass man da so einen Talk hat mit Fans von euch, also, äh, oder Fans von Hertha, äh, im, im Discord, also das könnten wir zum Beispiel machen. Äh, MrSmudu, danke für 50 Bits, Mahlzeit mein bester, Frage an dich und die Community, kommt man mit Krücken problemlos in die Ostkurve rein oder könnte es dort Schwierigkeiten geben, danke dir, euch, ey, keine Ahnung, da musst du die Community fragen, das weiß ich nicht, was die Einlassbeschränkungen beinhalten. Wen würdest du Samstag ins Tor stellen? Ich würde nicht Schwolo ins Tor stellen. Ich weiß leider nicht, wie gut, äh, Christensen ist, also, leistungstechnisch, ich weiß ja nicht, wie es im Training aussieht, aber rein leistungstechnisch, was jetzt die letzten drei Spiele war, gäbe es außer dem Spiel gegen Frankfurt, wo, wo Lottke halt nicht so gut aussah, aber gerade gegen, ähm, gerade gegen, ähm, Gladbach hat er mir wieder sehr gut gefallen, würde ich leistungsmäßig Lottke ans Tor stellen oder halt dann Christensen, aber auf gar keinen Fall Schwolo. Um welchem, wie viele kommen zu dem Community-Treffen, hast du da eine ungefähre Zahl? Ne, das kann ich noch nicht sagen, das werde ich dann eine Woche vorher quasi hier abfragen in Twitch, da werde ich auch den Standort bekannt geben und sagen, um wie viel Uhr, wann und wo und dann werden wir einfach eine Umfrage machen, wahrscheinlich einfach die Woche davor, wo wir, ähm, wo wir den Watch-Along machen zu, ich weiß gar nicht, welches Spiel ist denn davor aus, wer 32. Spieltag, da werde ich einfach eine Umfrage machen, wer kommt alles, wie viele kommen, was trinken die und dann, dann wissen wir ungefähr wann und dann weiß ich auch wo und dann weiß ich auch, ähm, ja, wie viel ich quasi mitbringen muss. Tom, meinst du, wir werden eine krasse Änderung in unserer Aufstellung haben? Ja, glaube ich schon. Ich glaube, da wird wenig, ich glaube, da wird relativ wenig an die letzte Aufstellung erinnern, die ja sowieso relativ anders war, also ich glaube nicht, dass das jetzt eine Aufstellung wird wie letztes Mal, kann ich mir nicht vorstellen. Denkst du, Selke spielt? Könnte ich mir tatsächlich komischerweise ganz gut vorstellen, dass der spielt. Ehrlicherweise. Nicht, weil ich es will, aber das könnte ich mir vorstellen, weil Magath und sein Trainerteam ja doch eher, äh, sag ich mal, diszipliniert oder Fans von Disziplin sind, Fans davon sind, ähm, ja, von Leuten, die, ähm, buntmäßig unterwegs sind und von daher könnte ich mir das schon vorstellen. Wird Fotheringham mit Magath verbunden sein, was glaubst du? Ich weiß nicht, ob Magath so dieser Typ ist, der so jetzt so neumodisch das macht. Ich weiß nicht. Ich glaube, der wird einfach sagen, ich werde den so gut briefen, dass er das selber alles hinkriegt und dann gibt es halt mal eine SMS, wenn gewechselt werden soll. Keine Ahnung. Äh, kennst du Flocke 1892 auf YouTube? Sieht aus wie ne Kopie von deinem Kanal. Ne, hab ich noch nicht gesehen, warte mal, können wir ja mal kurz reingucken. Flocke, würde ich eher denken, ist ne Kopie von Flocke, oder? Natürlich werden jetzt einige Leute kommen, wo sie sehen, dass wir hier die größte Community der Welt sind, ähm, die das Gleiche probieren, aber das ist natürlich auch ne harte Arbeit, die man erstmal so anderthalb Jahre durchziehen muss mit seiner Community. Aber ich wünsche natürlich allen dafür Erfolg, die das machen, probieren und, äh, möchten, ja. Können uns ja gleich mal ein Video von dem jungen Mann angucken. Grüße an die beste Community der Welt von den Kanaren. Ui, schöne Grüße in die Kanaren zurück. Wie viel Grad haben wir es denn da? Steile These, Marten Winkler steht im Kader und kriegt seine Minuten gegen Hoppenheim. Das glaube ich, um ehrlich zu sein, nicht, dass das passieren wird. Mein Sprache von Magath wird über Fax, äh, eingespielt. Das könnte gut sein. Oder Morse-Zeichen. Also, wenn ich jetzt, äh, diesen Tommys Coffee Talk hier hochlade und sich das hier gerade jemand auf YouTube anguckt und beschwert, dass ich jetzt hier esse, das ist ein Livestream. Äh, ich habe den ganzen Tag nichts gegessen. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet und, äh, ich kann leider nur abends online gehen, wenn ich mit allem durch bin und dann habe ich manchmal noch nicht gegessen. Dann ist es halt einfach so. Also, wenn ich das triggert, mein lieber, zu sehr auf YouTube, dann schalte einfach aus. Wir haben bald so viele härter Kanäle wie Gegentore. Das kann mir durchaus sein. Ich werde auch bald noch einen neuen Kanal aufmachen. Es dauert noch ein bisschen. Ich werde noch einen privaten Kanal machen. Wird jetzt nicht alle interessieren. Also, nicht alle 5.000 Leute, aber locker 4.999, was ich privat so treibe. Nee, das wird ein privater Kanal mit allen möglichen Eindrücken aus meinem Arbeitsleben, aus meiner Freizeit, mit meinen Kumpels, wenn man mal unterwegs ist abends, wenn man mal was essen geht, wenn man im Urlaub ist, wenn man sich eine neue Anschaffung macht, wenn man umzieht, alles Mögliche. Und dann werde ich noch irgendwann einen Kanal machen, wo ich mich um nicht härter Themen kümmere. Aber zuallererst steht natürlich immer, immer härter im absoluten Vordergrund. Das wird immer der Account sein, wo die meisten Abonnenten sind. Jetzt gerade Felizio 1892, wo ich am meisten mache, wo ich jeden Tag versuche, ein Video hochzuladen. Würdest du Jarstein spielen lassen, wenn er wieder fit ist? Ich glaube leider, ehrlicherweise, dass Jarstein kein einziges Spiel mehr für uns machen wird, auch wenn er noch bis, meines Erachtens nach, 2023 Vertrag hat. Glaube ich leider, also bei dem sieht es wirklich nicht so gut aus, dass er kein einziges Spiel mehr machen wird. Felizio wird zur Brand, so ist es, mein Lieber. Fußball-Challenge mit Dedrick und Selke würde ich feiern. Ja, das wäre super. Hast du Nadi einen Maulkorb verpasst, Tom? Sie lässt sich nicht mehr sehen, bestimmt berufliche Gründe. Naja, habe ich ihr verpasst. Die hat einfach zu viel zu tun. Dadurch, dass ich ja keine Arbeit mehr habe und nur noch Twitche und YouTube mache und da nicht genug Geld bei rumkommt, hat sie jetzt einen neunten Job angenommen und dadurch ist sie einfach nicht mehr zu Hause, außer zum mich bekochen. Kannst du deine Aufstellung für Samstag machen? Da kommt morgen wieder mein Video. Also morgen, ich darf ja nicht auf die PreK reacten, aber ich werde mir die natürlich reinziehen und schauen, was Furtheringham oder wer auch immer dann da stellvertretend fürs Trainerteam sitzt, was der sagt, wer ausfällt und so weiter und dann werde ich meinen Tipp abgeben, wie denn das Trainerteam entscheidet, wobei das natürlich sehr, sehr schwer ist, weil ich das überhaupt nicht einordnen kann jetzt bei Magath und Co. Und wie ich denn spielen würde. Also das Video gibt es morgen. Zusätzlich dazu gibt es dann natürlich auch wieder meine Tipps, damit ihr auch bei Tipico reich werden könnt für den gesamten Spieltag. Gibt es morgen so gegen Mittag, Nachmittag. Tom, ich dachte, du machst einen Onlyfans-Kanal auf. Auch das könnte durchaus passieren. Pekarik, bester Mann. Zur Vorzeige, Ertana könnte sich Boyata mal eine Scheibe abschneiden. Ja, hast du absolut recht. Boyata fährt als Kapitän auch verletzt zur Nationalmannschaft, so gefühlt. Er ist ja auch gefühlt immer verletzt. Und Pekarik sagt einfach ab, obwohl das auch eines seiner letzten Länderspiele sein könnte, rein theoretisch. Weil er sagt, hier, nee, Hertha ist wichtiger. Könnt mir so, also um schon mal zu predikten, was ich mir morgen vorstellen könnte. Also was ich mir zum Beispiel vorstellen könnte, dass Pekarik zum Beispiel der neue Kapitän ist. Das könnte ich mir irgendwie vorstellen. Glaubt zwar nicht, dass es so ist, aber das wäre nicht so krass weit hergeholt. Gerade weil Magath ihn ja noch von früher aus den Wolfsburger Meisterzeiten kennt. Und die Fans mit mir und Davy Selke, das wäre auf jeden Fall nicht jugendfrei, muss man an der Stelle mal sagen. Hoffe ehrlich gesagt, dass Jürgen unter Magath mal die verdienten Einsätze kriegt. Denke schon, dass der ambitioniert genug ist. Und ja, also der hat ja, sag ich mal, unter Pahl ist ja ein bisschen an die Bundesliga herangeführt worden. Ist leider, hat leider auch selten auf seiner angestammten, zentraleren Position gespielt. Und meistens dann doch eher flügeltechnisch. Aber unter Korkut hat er ja dann gefühlt gar nicht mehr stattgefunden. Also wirklich kaum noch. Kaum noch gespielt und das fand ich auch schade. Mal gucken, ob er jetzt... Ist ja für alle Spieler, die jetzt auch unzufrieden waren, unter anderem zum Beispiel auch ein Marton Dardai oder so, ist ja ein absoluter Neuanfang. Wieso soll er das Kapitänsamt ändern, Boyata oder Stark? Einer wird spielen. Ja, keine Ahnung, weil Felix Magath irgendein Zeichen setzen will. Keine Ahnung, wobei der Kapitän ja meist von der Mannschaft gewählt wird. Und so war es ja auch damals bei Boyata. Was ich so gehört habe, Boyata wollte es selber eigentlich gar nicht machen. Die haben ihn halt dazu gewählt, aber es gibt ja auch nicht wirklich Alternativen. Unabhängig von der Binde, die ja auch erstmal hauptsächlich Außenwirkung hat. Du musst ja die Binde an sich nicht ändern. Kannst du ja auch Verantwortung auf den Platz nehmen, ohne die Binde zu tragen. Das gibt es ja in ganz vielen Vereinen in der Nationalmannschaft auch, dass Spieler die Verantwortung übernehmen, auch wenn sie die Binde nicht tragen. Und von daher kann ich mir auch da vorstellen, dass einfach ein Pekarik so der verlängerte Arm von Magath sein wird, ohne dass er das Kapitänsamt offiziell bekleiden muss. Glaubst du, Selke würde uns in der 2. Liga funktionieren? Ne, glaube ich nicht. Ich halte Selke wirklich für einen absolut überbewerteten Spieler, der schon damals für mich also nirgendwo wirklich der dynamische Stürmer war. Natürlich, wenn er mehr Selbstvertrauen hat in eine funktionierende Mannschaft, macht er auch in der 2. Liga mehr als 10 Tore eventuell. Aber der ist für mich kein Spieler, wo ich sage, auf den setze ich jetzt in der 2. Liga, damit ich aufsteige. Also da würde ich ja lieber einen Terodde sehen. Darida sollte eine Pause bekommen? Ja, bloß leider ist natürlich Darida genauso ein Typ, wo ich mir vorstellen kann, dass Magath den natürlich sehr, sehr mag. Also ich glaube, das ist auch nicht weit hergeholt. Ich glaube, das denken viele. Was hältst du von einer Doppel-Acht, Santi Abi und Jürgen Abi, fände ich gut. Kommt halt darauf an, inwiefern die eingebunden ist in die Gesamttaktik. Jetzt hast du ja alles Amt rausgenommen. Ja, was soll ich machen? Kein Bock hier mit meinem Hobby, wo ich so viel Zeit reinstecke, dann noch Geld dafür bezahlen zu müssen. Darida, Pekarik, Boateng und Selke werden Gesetz sein. Genau die Typen, die Magath will. Ja, aber Boateng ist einfach wirklich nicht fit. Also der hält auch keine 90 Minuten durch. Deswegen weiß ich nicht. Aber der Erste, der trotzdem abgekackt hat, auf gut Deutsch, ist natürlich nicht Boateng, sondern Björkern. Wobei da soll es ja irgendwie schon Probleme vorher Magen-Darm technisch gegeben haben. Trotzdem natürlich, ja. Für mich hat auch Björkern natürlich bis jetzt noch nicht so die Chancen bekommen, zu zeigen, was er kann. Das muss man auch sagen. Es waren eher wenig Einsätze auf der angestammten Position von ihm. Es war jetzt nicht so, dass er hier als absoluter Stammspieler in die Spiele reingegangen ist und sich an die Bundesliga gewöhnen konnte. Bisher sehe ich da kein Upgrade zu einem Maxi-Mittelstädt, muss ich ehrlicherweise sagen. Also es ist für mich keine Verbesserung auf der Position. Ich muss ehrlicherweise auch sagen, auch wenn mir das Spiel an sich nicht gefallen hat gegen Gladbach, war ja die Laufleistung okay. Plattenhard fand ich jetzt nicht so schlecht, wie die Spiele, die er vorher in der Startelf gemacht hat, seitdem er dann auch kaum noch gespielt hat. Meiner Meinung nach ist Maga zu alt. Schau dir das Video von Manu Thiele an. Was hat denn Alter mit Leistung zu tun, mein Lieber? Guck dir mal Jupp Heynckes an. Der wurde gefühlt, umso älter er war als Trainer, immer besser. Also Jupp Heynckes hatte seine krankesten Erfolge ganz am Ende. Da war er doch über 70 schon. Also Alter hat doch nichts damit zu tun, ob du gut sein kannst als Trainer. Das ist für mich eine, das ist für mich eine, ja, wie sagt man, also ein Beziehungsaufbau zwischen verschiedenen, oder eine Zusammenhangerstellung, die sich für mich nicht erschließt, mein Lieber. Jan, mein Lieber, Schwolo, Gedächtnis-Kabit, danke für 100. Ein Toast auf dich, als wäre es so ein Sandwich-Schmecker, ja. Da ist er wieder. Ich denke an Schwolo, denn er wird nicht im Kader stehen. Nein, weiß ich nicht, keine Ahnung, wahrscheinlich wird er wieder spielen. Jede Wette, also Goldmann schreibt, jede Wette, dass Platte spielt und Mitty wieder eins nach vorne rückt, wir werden eine ähnliche Aufstellung wie unter Pal wiedersehen. Das kann gut sein. Das kann sehr, sehr gut sein und das wäre eigentlich ein absolutes, also eigentlich, ohne jetzt hier anfangen wollen, gegen ihn zu hetzen, aber das wäre eigentlich ein absolutes Armutszeugnis für Freddy Bobic, weil er, weil er, am Ende einen Trainer holt für viel Geld, der wahrscheinlich in einer kurzen Zeit, wenn er den Nicht-Abstieg schafft, mehr verdient, als Pal Dardai in einem gesamten Jahr bei Hertha verdient hätte, plus er hat Korkut geholt, um am Ende wieder die gleiche Aufstellung zu spielen und die gleiche taktische Ausrichtung zu spielen wie unter Pal Dardai. Das wäre wirklich ein Armutszeugnis, aber gut, jetzt alles für den Nicht-Abstieg. Otto Rehagel mit 69 Euro Meistern in Griechenland, ja, das war aber auch wirklich, also das war wirklich ein sehr, sehr spezielles Erlebnis, ich weiß gar nicht mehr, 2004 war das, glaube ich, da war ich noch relativ jung, das war wirklich sehr, sehr speziell, muss man sagen. Bei seiner ersten Zeit in Bremen war Selke echt gut irgendwie zwölf Buden gemacht, ja, aber kannst du mal ein paar Bremen-Fans fragen, also die sich wirklich viel mit Bremen auseinandersetzen, die sagen auch, du, also man hat früher schon gedacht, naja, vielleicht ist es einer, der immer richtig steht, aber richtig fußballerisch gut ist er nicht, schnell ist er nicht, hat eigentlich nichts von einem Superstürmer, aber hat halt am Anfang noch die Buden gemacht und am Ende kam halt noch raus, dass er eben nicht, er steht eigentlich nie richtig und ja. Der Unterschied ist nur, dass Jupp vom Training her mit der Zeit gegangen ist und Magath wohl nicht. Ja, werden wir ja sehen, also wie gesagt, ich sage ja nicht, dass Magath jetzt die Lösung für die nächsten fünf Jahre bei uns ist, bloß von den Lösungen, die es halt jetzt noch gab für uns, ist es meines Erachtens nach die beste und der ist immer noch für mich besser als Teil von Korku, das will ich ja nur damit sagen. Wie alt bist du jetzt? Über 18. Habe ich euch doch letztes Mal schon gesagt. Ja, Hansi Flick nominiert Selke jetzt erstmal für die Nazi, ja klar, na klar, na klar. Na klar, noch zwei Sätze zu Korkut, erstens LKW und Jova als Duo ist auf seinen Mist gewachsen, zweitens unter Korkut habe ich den besten Fußball seit zwölf Jahren bei Hertha gesehen, erste Halbzeit gegen Bochum, also das ist doch eine Story, Digga. Witz, das ist Quatsch, also sorry Flomi, aber ich habe in den letzten zwölf Jahren tausendmal öfter besseren Fußball gesehen als die erste Halbzeit gegen Bochum. Alleine erinnerte ich an die Zeiten zurück, sorry, aber bitte, also erinnere ich an die Zeiten zurück mit, wo wir noch Ibizevic, Kalou, Skelbrett und Lazaro hatten, also sorry, aber da haben wir deutlich besser gespielt und dass er mit LKW und Jovetic gespielt hat, lag ja auch einfach daran, dass bei Pahl gefühlt immer Jovetic verletzt war, also der war ja kaum fit, also das Ganze, ich weiß ja gar nicht, ob das so gekommen wäre und ob jetzt diese Doppelstürmer, die natürlich vorne gut funktioniert haben, das optimal Beste für Hertha sind, die eben defensiv absolut schwammig stehen, ist er auch nochmal dahingestellt. Natürlich funktionieren die vorne, aber vielleicht brauchst du bei Hertha dann doch eher eine defensivere Ausrichtung einfach. Ja, alleine 2-0 gegen Bayern zu Hause. Wie entstand eigentlich der Spitzname LKW? Den hat Pahl Dardai ins Leben gerufen, so wie er Dodi mal Känguru genannt hat, hat er irgendwie, was hat er gesagt? Er meinte die LKW, oder? Meinte, glaube ich, Pahl mal bei einer Pressekonferenz. War auch geschockt von Magath, aber wie von Felizio schön gesagt, es geht nur um 8 Wochen, das könnte tatsächlich klappen, natürlich nicht für eine ganze Saison, bin wieder etwas hoffnungsreicher. Ja, es geht, es ist jetzt so eine Art Turniermodus, wie es eben letztes Jahr auch war, wo wir dann auch noch diese Problematik hatten mit der Corona-Erkrankung vom gesamten Team und so weiter, wo die ganzen Spiele verschoben werden mussten. Es ist eine ähnliche, hat einen ähnlichen Turniercharakter wie letztes Jahr. Ein Satz zu Hosokai, bitte. Habe ich keinen Bock jetzt drüber zu reden. Das war dein Satz, bitteschön. In einem BZ- oder Bildartikel weiß ich gerade nicht, steht, dass Santi Fredi, nee, andersrum, dass Fredi Santi zum Training gefahren hat. Was? Nach einer durchzechten Nacht oder vom Friseur oder was? Hertha Gladbach 4-2 war damals im Stadion 2018 war das beste Spiel, was ich je gesehen habe. Das war ein gutes Spiel, ja. Red Day, mein lieber Dank für 100 Bits, du geile Sau. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker. Habe mir heute einige Interviews mit Magath angeschaut. Der Mann hat echt einen hohen Unterhaltungswert, der das auf jeden Fall, also der ist auf jeden Fall, also nicht so eine, sagen wir mal, Schlaftablette wie Typhoon Korkut, wobei Typhoon Korkut ja nett war, aber ja, unterhaltsamer ist natürlich ein Felix Magath, auch wenn der natürlich auch ziemlich ruhig spricht. Aber die Art und Weise, wie er spricht, ist halt das Coole, muss man sagen. Hab's dir bei Insta geschickt mit Santi und Fredi? Okay. Schau ich mir nachher mal an. Allein diese Namen, Doppelpack Ramos, Doppelpack Alagui, unser alter Videoanalyst, Brooks und Ronny. Fredi, hol mich mal ab. Ja, ja. Ja, Ronny war krank, aber Ronny war eigentlich nur in der zweiten, ich weiß noch genau, wie das war. Ronny war ja in der zweiten Liga wirklich, also der hat ja fast 20 Tore geschossen, fast 20 Vorlagen gehabt und etliche direkte Freistöße, Traumpässe und so weiter und so fort. Und dann ging es da drum, Leverkusen wollte den haben. Und alle haben natürlich gesagt, ey, wenn Michael P. jetzt nicht mit dem verlängert, dann ist aber gut, der kriegt hier nichts auf die Reihe. Und dann hat er mit ihm verlängert, das wurde damals im Stadion verkündigt oder verkündet, da war ich auch in der Ostkurve, weiß ich noch ganz genau. Alle haben gejubelt, ja, Ronny bleibt noch fünf Jahre und in der Bundesliga hat er gar nichts gerissen. Ich weiß nicht warum, aber wirklich, da hat dann einfach seine körperliche Fitness nicht ausgereicht, um eben diesem Bundesliga-Niveau standzuhalten. Fußballerisch hat ja Raphael selber gesagt, war er, besser als er selbst. Also fußballerisch meinte Raphael selber, also sein Bruder, der aber auch bei uns gespielt hat, meinte immer, er ist eigentlich der bessere Fußballer als Ronny. Aber der hatte halt keine Disziplin. Fabster schreibt, Korkut mag für ein, zwei Spiele attraktiver gespielt haben, was ich aber auch schon sehr strittig sehe, für zehn Minuten pro Spiel vielleicht. Was bringt es, wenn Ansätze zu sehen sind, wenn man es nicht mal über ein einziges Spiel konservieren kann, von Ansätzen kommen keine Punkte. Das ist ein 5 Euro ins Phrasenschwein, mein lieber, 500 Bits ins Phrasenschwein und super schnell gibt bergab. Korkut war echt ein Flop und das ist noch untertrieben, sehe ich auch so. Skelbert meinte bei seinem Abgang, wenn Hertha ihn nochmal brauchen sollte, dass er zurückkommt, das wäre doch mal ein Käpt'n für die nächste Saison. Der ist sowieso viel zu früh gegangen. Der ist ja, glaube ich, mit 32 Jahren hat er uns zurück in Norwegen verlassen, das war für mich viel zu früh und man hat auch gemerkt, dass dieser Antreiber, dieser Anführer, dass Darida diese Rolle nicht übernehmen kann, konnte und auch nicht übernehmen wird, dass der uns seither fehlt. Was ist eigentlich aus Raphael geworden? Warum ist er damals aus Gladbach weg? Gladbach hat mit dem nicht verlängert. Der war dann vereinslos und ich glaube, jetzt mittlerweile spielt er nirgendwo. Was sagst du zu Valentin Stocker? War auch so ein Transfer, ich glaube, der hat damals ich weiß es gar nicht mehr, hat der viereinhalb Millionen gekostet oder sieben Millionen? Auf jeden Fall für uns damals relativ viel gehalten und ich weiß noch genau, ich war bei irgendeinem Spiel der Füchse oder so und da habe ich dann die ganze Zeit aktualisiert, na wann ist denn der Deal mit Stocker endlich durch? Weil ich mir so viel von dem erhofft habe, weil der halt bei Basel Champions League gespielt hat und so weiter und da auch echt gut war. Bei uns war er auch nie schlecht, aber der hat nie das gebracht, wofür man ihn eigentlich verpflichtet hat. Also irgendwie war er total enttäuschend bei uns, aber eigentlich ein fantastischer Spieler. Gentlemen, grüß dich mal lieber. Wapserdank für 100 Fragenschwein, Bits, ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich schmecker, du geile Sau. Ein Freund von mir war beim Training am Mittwoch und Suat soll ein Tor geschossen haben, ein Fan hat dann abseits gerufen und Santi hat zu ihm halt dein Maul gerufen, ha, so eine geile Sau. Ja, Santi ist einer der wenigstens, also es ist wirklich, Santi soll ja auch so der Einzige gewesen sein, als die Ultras auf dem Platz waren, der da so ein bisschen Radau gemacht hat gegen die Ultras. Also nicht, dass ich das jetzt gut finde, dass er gegen die Ultras da Radau gemacht hat, aber alleine, dass keiner sein Maul aufkriegt, außer Santi, der 1,68 große Typ, ey. Shiba hat bei mir in der Nähe gewohnt damals und ich hab den immer im Supermarkt getroffen, aber ich fand Shiba nicht gut. Shiba war mal doch, ich hab ne Pfeife am Start. Shiba war mal bei Nürnberg, glaube ich, war das bei Nürnberg? Da war er ganz gut, bei Dortmund dann auch nie richtig durchgesetzt und bei uns eigentlich auch nicht. Also der hat ja nie bei uns richtig krass geknipst, muss man ja mal so sagen. Santi, der Wadenbeißer! Es gibt eine Story zu Magath. Ein Spieler hatte bei Fulham eine Knieverletzung und sollte fit gespritzt werden. Magath wollte aber, dass er Magathquark aufs Knie schmieren soll und kurz vorm Schlafen gehen sollte er seine Mama anrufen. Was? Was ist das denn für eine Story, Alter? Aber Magathquark ist super. Besser als Spritzen auf jeden Fall. Auch beim Pumpen. 1-0 gegen B... Ah ja, das weiß ich auch noch von Shiba. Gegen seinen Ex-Klub. 11 Tore in 50 Spielen für Shiba geht doch. Ja, es ist traurig, dass wir sagen, dass 11 Tore in 50 Spielen für einen Stürmer gut ist. Das ist quasi pro Saison 5,5 Tore für einen Stürmer. Das ist bei Hertha schon okay. So einen wie Santi braucht man einfach im Abstiegskampf. Gegen den will man einfach nicht spielen. So ist es. Aber davon bräuchten wir noch ein paar mehr leider. Das ist gefühlt irgendwie der Einzige, den wir haben, der in so einer Art und Weise Fußball spielt. In so einer ekligen Art und Weise. Wobei für mich, der hat halt ein schlechtes Stellungsspiel gehabt, aber Sefak war auch so einer. Sefak war auch so einer. Kennst du noch Olivier Ocean? Ja. Wo war der noch mal? War der nicht, wo war der noch mal? Das ist aber ganz lange her. Das ist aber ganz lange her, aber sagt mir was noch. Leider hatten wir nicht so viele Stürmer mit dem Schnitt in den letzten Jahren. Ja, Ibiza wird scheitern. Selbst Kalou hatte einen ganz guten Schnitt. Und der war ja meistens auf dem Flügel unterwegs. Ein sehr gutes Video. Schickt mir das mal bei Instagram. VfL Jesus, was ist das denn? Schickt mir mal bei Instagram rum den Bums. Finde schade, dass für die Union noch keine Ostkurven-Tickets verfügbar sind. Hatte mir auf sicher einfach Tickets. Kann ja sein, dass die Ultras da wieder kommen und dass die deswegen das noch nicht verkauft haben, weil die wollen, dass die Ultras da sitzen. Das weiß ich jetzt nicht. Ja, Pantelitsch, aber das ist ja schon, das ist ja schon wirklich lange jetzt her. Selbst Rimenes hat damals zweistellig noch für uns getroffen. Wer sich noch an den, ich glaube, Argentinier war das, mit der Glatze erinnert. Aufstellungsvideo kommt morgen, mein Lieber. Kommt morgen auf meinem YouTube-Kanal. Also ich versuche auf jeden Fall morgen noch Karten gegen Union zu bekommen auf guten Plätzen. Mal gucken, ob es da noch welche gibt. Ich habe da jetzt keine Übersicht. Könnte mir aber vorstellen, könnte mir aber vorstellen, dass ich da schon noch welche kriege. Würde mich freuen, wenn die Ultras wieder da sind. Ja, ich mich auch, Alter. Wir brauchen nichts mehr als das jetzt hier in den letzten Wochen aus fenseitiger Unterstützung. Es ist einfach viel koordinierter und eine ganz andere Stimmung, die überschwappt auf die Mannschaft. Das wäre ganz, ganz wichtig für diesen Neuanfang. Gin oder Whisky, ich mag beides. Also Gin, finde ich, ist halt kein Getränk, was du pur trinken kannst. Das ist halt ein Mischgetränk. Aber kann man im Sommer super trinken. Und ich finde, Whisky ist eher so ein Getränk für die kalten Monate. Das kann man vielleicht sagen. Ich glaube, die Ultras werden schon früher da sein. Selke hat in 106 Spielen für uns 37 Scorer gesammelt. Das ist auch kein schlechter Wert. Der hatte in zwei Saisons mega gute Assist-Werte, weiß ich noch, Goldmann. Der hatte nicht so viele Tore erzielt, aber ich glaube, in den ersten zwei Saisons oder in der zweiten und dritten Saison oder so, hatte der mega gute Assist-Werte. Das weiß ich auch noch. Obwohl das mit Klienzi ja eine Katastrophe war, war Santi der einzige Spieler, der aus Michael P. Schleudertour mit den Winter-Haus-Millionen geholt wurde und der sich durchgesetzt hat, obwohl Prez ihn nicht wollte und Klienzmann darauf bestanden hat. Das stimmt. Dennoch war er natürlich zu teuer für 10 Millionen. Der war für mich doch zu teuer. Bist du am WM-Stadion? Nee. Also wenn, dann gehe ich gegen Union, aber spätestens dann gegen Mainz. Frühling oder Sommer? Ich bin gar kein Frühlingstyp, weil ich immer so eine krassen Heuschnupfen-Probleme habe. Deswegen ist Frühling gar nichts für mich. Hoffe, dass das Stadion für Union wirklich voll werden kann. Nicht, dass die Beschlüsse geändert werden und dann müssen die alles stornieren. Ja, das wäre richtig kacke. Das wäre richtig kacke. Was glaubst du, wird am WM gute Stimmung sein? Ich hoffe, ich hoffe doch. Ich hoffe, dass gute Stimmung ist. Die haben ja jetzt die Ticketpreise nochmal, sind ja relativ günstig. Ich hoffe, dass viele Leute hingehen, dass schönes Wetter ist, dass Hertha eine andere Leistung an den Tag legt und auch, dass wir als Fans nicht so ungeduldig sind und einfach, ja, denen auch ein bisschen Zeit geben, sage ich mal so. Also wir können jetzt nicht erwarten, dass jetzt nur, weil der Trainer ein neuer ist, dass jetzt innerhalb von drei Tagen alles anders ist als vorher. Das können wir nicht erwarten und das wird auch nicht so sein. Es kommt jetzt nur darauf an. Ja, also natürlich wäre es auch wichtig und ganz, ganz wichtig und essentiell, dass wir auch gegen Hoffenheim schon punkten, aber die wichtigsten Spiele wären wirklich gegen die direkten Konkurrenten und dann sollte man halt noch mindestens ein weiteres gewinnen. Roy Behrens war nicht ganz okay, war jetzt keine Legende bei Hertha. Meinst du, die machen diese Saison nochmal so eine günstige Auswärtsfahrt, hätte gegen Augsburg nochmal richtig Bock? Ja, würde mich freuen, wenn sie es machen. Gerade so eine Tour wie nach Augsburg, die ja nun wirklich nicht gerade um die Ecke ist, wäre es halt gut, wenn sie sowas nochmal anbieten würden. Aber ich meine, im Endeffekt muss Hertha da auch einen Großteil zahlen, weil rentieren tut sich das für die natürlich nicht. Man darf nicht vergessen, Hoffenheim mit einer riesen Leistung diese Saison, ja, aber trotzdem sind die nicht unschlagbar. Also die sind gut, die haben einen guten Trainer, die haben auch viel auf der Bank noch, gerade was die Offensive angeht. Aber das ist jetzt auch nicht so eine Übermannschaft, wo ich sage, die kann man nicht besiegen. Also an einem guten Tag kannst du die besiegen, wenn du den Zahn ziehst. Man kann als Mitglied bis zu sechs Tickets kaufen, ja. Ich hoffe, dass da nicht viele Tickets an die Unioner gehen. Jahrstein oder Kraft? Ganz klar, Jahrstein. Gehe seit Corona das erste Mal wieder ins Stadion, hoffe, dass die Spieler kämpfen, mehr erwarte ich nicht. Ja, also, es ist auch immer so schwierig, was ist jetzt Kampf? Also ich meine, gegen Gladbach war die Laufleistung wirklich gut, die Laufleistung war sowieso unter Korkut nie schlecht, aber man hatte trotzdem das Gefühl, dass in den Zweikämpfen einfach nicht 110 Prozent gegeben wurden, auch wenn die Statistiken nicht so schlecht aussahen, aber irgendwie bei den entscheidenden Zweikämpfen wurde dann doch mal zurückgekuscht oder so, man will einfach dieses richtig alles auf eine Karte setzen will man haben. Und das fehlt, glaube ich, vielen Hertha-Fans auf jeden Fall so ein bisschen. Hab schon Angst vor David Raums Flanken. Ja, David Raum kommt über links, auf der Seite spielt Pekarik, letztes Mal war er auf der Seite von David Raum Sefak, das war ja ein absolutes Mismatch. Alagui oder Haraguchi, ganz klar Alagui, der hat auf jeden Fall für uns mehr gerissen als Haraguchi. Meinst du, das volle Stadion wird die Spieler eher verunsichern oder motivieren? Ne, ich glaube schon, dass das ein Großteil der Spieler eher motiviert, also sonst bist du auch beim Fußball falsch, also sorry. Also dann, weiß ich nicht, dann geh lieber häkeln oder so, wenn dich ein volles Stadion mit Fans, die dich pushen wollen, verunsichert, dann machst du die falsche Sportart. Auf den Tickets steht sogar in den neutralen Blöcken, dass man nicht in Gegnerkleidung rein darf. Ich hoffe, dass die das auch durchzieht, weil das wäre wenigstens mal richtig, ja, weil ich habe keinen Bock, dass am Ende hier wieder irgendwelche Hertha-Mitglieder ihre Karten verscherbeln teuer im Internet und dass dann da nur Unionsfans sind, da habe ich keinen Bock drauf. Wie ging das Hinspiel in Hoffenheim aus? Meines Erachtens 2-0 oder 3-0, da habe ich, das war ein Freitagsspiel, da habe ich damals noch bei Flokes zu Hause gestreamt, falls ihr euch noch dran erinnert, auf seinem YouTube-Kanal, ich glaube 2-0 oder 3-0 Hoffenheim. Da hat Sefax so einen absoluten Schnitzer reingehauen, aber wirklich einen Riesenschnitzer. Denkst du, dass Magath die Spieler positionsgetreu aufstellt? Ich glaube nicht, dass Magath einer ist, also ich kenne ihn auch hier nicht so, der Spieler jetzt nicht positionsgetreu aufstellt, aber das Ding ist halt, dass wir auf vielen Positionen einfach nicht gut besetzt sind und dadurch ist oft ein Trainer gezwungen, Spieler auf Positionen einzusetzen, auf denen er die gar nicht einsetzen will. Das hat Goldmann mal vor einem halben Jahr reingeschrieben oder vor drei Monaten und das stimmt auch, dass der Pal halt immer Mitti auf linken Flügel gesetzt hat, nicht weil er da so gut ist, sondern weil das immer noch die beste Lösung ist, weil der das trotz unserer Verpflichtungen auf den Flügeln immer noch am besten bekleidet, aber das ist ja trotzdem positionsfremd, weil er ist einfach kein Flügelstürmer, das muss man einfach mal sagen, aber das, ja. 2-0 ist doch für uns auswärts sehr gut, da hatten wir glaube ich sogar einen Pfostenschuss noch ganz am Anfang durch Marco Richter oder so. Akkujack, grüß dich. Glaubst du, wir gewinnen gegen Hoffenheim? Naja, ich würde mir gerne mal morgen die Pressekonferenz angucken und würde erst auch gerne mal eigentlich die Aufstellung sehen. Ich glaube, wenn es gut läuft, spielen wir unentschieden, aber ich glaube nicht, dass wir gewinnen. Ja, schauen wir mal. Der andere Mario, grüß dich. Ne, das wird, Davids, da wird sich Magath auch nicht in die Karten schauen lassen, ob er jetzt 3er- oder 4er-Kette spielt. Die Kombination auf links mit Platte und Mitti wirkt am harmonischsten. Ja, auch wenn Platte natürlich viele Argumente dafür gesammelt hat, warum er nicht spielt, aufgrund seiner, ja, defensiv doch sehr, sehr katastrophalen Stellungsspiel teilweise, aber du hast recht, am Ende von, es ist das geringste Übel, um es mal so zu formulieren, ja. Ich denke, Abseits-Tor durch Maulida auch, aber ich glaube, da stand schon 2-0 für Hoffenheim. Ich denke, dass du Belfodil und Selke funzt ganz gut. Ne, finde ich gar nicht. Also ich finde, die passen gar nicht zueinander, weil das, weil klar ist, Belfodil ist eher so der technischere Stürmer, Selke jetzt nicht so, der ist wenn, dann eher ein Strafraum-Typ, der ist jetzt auch nicht der, der die Bälle verteilt, ist leider auch nicht der, der die Bälle festmacht, obwohl er 1,94 groß ist, aber Belfodil und Selke matcht für mich gar nicht. Also wirklich gar nicht. Das ist nicht so, dass die sich gegenseitig gut ergänzen, da hat man eher das Gefühl, dass sie sich gegenseitig neutralisieren. Haben seit 2015 zu Hause nicht mehr gegen Hoffenheim gewonnen. dann wird es mal wieder Zeit. Jede Statistik ist dazu da, um sie zu brechen, mein lieber Sokrates. Selke und Belfodil passt null, besser Ekellenkamp und Selke. Naja, ich bin ein großer LKW-Fanierer, muss ich ehrlich sagen. Serdar wird bei Magath auf der 10 spielen, da bin ich mir relativ sicher. Ja, ich hoffe, ich hoffe, dann könnte er wenigstens mal, dann hat er auch keine Ausreden mehr. Also dann muss er auch alles abliefern. Suat Serdar, drei Tore am Samstag, mag my words gerne, habe ich nichts dagegen. Deine Meinung zum neuen alten Athletiktrainer, ehemaliger Oberleutnant der Bundeswehr, der wohl gerne mal militärische Methoden im Training anwendet, an sich halt auch passend zu Magath, mein lieber Blackyard, habe ich ja auch in meinem Video schon gesagt. Also ich glaube nicht, dass es schaden kann, so einen Typen zu haben als Athletiktrainer, gerade weil ja viele auch, oder häufiger schon mal, Kritik aufkam, über unseren Athletiktrainer Henrik Kuchno, wo die Trainingssteuerung vielleicht falsch ist, dass vielleicht am Anfang der Woche falsch trainiert wird und am Ende der Woche, dass man das vielleicht mal ein bisschen umstellen sollte, kann auf jeden Fall nicht schaden, so ein Armee-Fuzzi da zu haben, aber im Endeffekt, guck mal, wo der überall war. Der war jetzt zuletzt bei Schalke 2 und so weiter, also ein Athletiktrainer alleine wird jetzt nicht dafür sorgen, dass wir hier die Mega-Leistung abrufen. Das ist eher so ein unterstützendes Instrument für Herrn Magath, seine Art und Weise, wie er arbeitet. Frank, the Tank, danke für 100 Gächter, ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker, du geile Sau. Wollen wir uns mal ein Video hier reinziehen von diesem Flocke? Mit seinen Flocke, der hier Thumbnails hat, die sehen doch aus wie von Finn gemacht. Was sagst du zu Chelsea? Werden sie abstürzen oder kommen die wieder auf finanzielle gesunde Beine? Wir haben übrigens genauso wenig gefragt, woher Windhorst sein Geld kommt. Das wird dann oft zum Problem. Ja, Windhorst Geld, da habe ich ja schon mal ein Video drüber gemacht. Also da gab es ja Gerüchte, dass er teilweise auch Geld genommen hat von irgendwelchen Kriminellen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ja, das wird sich noch wie ein roter Faden durch unsere nähere Zukunft ziehen. Beim Everton, bei Chelsea, keine Ahnung, wie das weitergeht. Ich habe jetzt schon gehört, Tuchel teilweise bei anderen Klubs auf dem Zettel, obwohl er ja noch bis 2024 Vertrag hat. Mal schauen. Beim Everton-Newcastle-Spiel hat sich ein Zuschauer am Pfosten angekettet. Okay, was wollte er damit bezwecken? Was machst du eigentlich hauptberuflich? Ich habe dich letztens am Kudamm gesehen. Ich bin Ehemann. Nein, ich habe einen Hauptberuf, aber da sprechen wir mal ein andermal drüber. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Spielen wir bis 2030 Mal in der Champions League? Sehr gerne, mein Lieber, aber ich glaube nicht dran. Das ist für mich ein zu kurzfristiger Zeitraum. Vielleicht Europa League, wenn überhaupt. Ich wäre erst mal froh, wenn wir in der Liga bleiben, mein Lieber. Du alter, nach den Sternen greifender Typ. Aber glaube ich nicht. Goldmann schreibt, ich verschiebe es heute nicht. Was dir an Belfodil so gefällt, keine Torgefahr und ständig im Mittelfeld unterwegs, um sich Bälle zu holen. Da gehört ein Stürmer nicht hin. Deswegen musste er mit ihm und einem weiteren Stürmer spielen, in dem er die Bälle dann auflegen kann, weil die Bälle kommen halt gar nicht so weit. Deswegen ist er im Mittelfeld unterwegs. Nicht, weil er keine Tore schießen will, sondern er hat ja schon auch bei einigen Stationen gezeigt, dass er auch viele Tore schießen kann, auch zweistellig in der Bundesliga. Aber er muss sich ja die Bälle holen. Und er hat halt einfach, er kann viel besser Bälle festmachen als ein Selke. Selke gewinnt keine Zweikämpfe, keine Kopfballduelle, liegt nur am Boden, ist nur am Rumjammern, obwohl er so groß ist und eigentlich dafür prädestiniert wäre. Das ist es, was mir an Belfodil so gefällt. Meinst du, Barca wird in den nächsten Jahren wieder ein Top-Team? Denke ich schon. Die leisten auch gerade super Arbeit. Ich weiß gar nicht, wie steht es denn jetzt gerade in der Europa League? Oder sind die weitergekommen? Die haben ja nur unentschieden im Hinspiel gespielt. 2-1 haben die nur gewonnen gegen Gala. Also das ist aber dann knapp durch Aubameyang und Pedri. Hinspiel glaube ich 0-0. Aber in der Liga sind die ja auch wieder auf dem aufsteigenden Ast. Vor allem Aubameyang. Auch ein Traoré funktioniert da super. Ja. Ja. Unpopular Opinion. Ich glaube, wenn wir den Nicht-Abstieg schaffen, woran ich glaube, schließen wir nächste Saison Top-10 ab. Wäre mir jetzt viel zu viele Hypothesen. Ich weiß nicht, welche Spieler kommen. Ich weiß nicht, welche zurückkommen. Ich weiß nicht, wer geht. Ich weiß nicht, wer Trainer wird. Ich weiß nicht mal, wer Manager ist. Würde ich jetzt mich gar nicht so äußern wollen. Abschein auf Bettis. Wie war das denn das Spiel? 2-1 Frankfurt? Ja, 2-1 Frankfurt. Ja, wäre ja schon gut, wenn irgendwie mal auch ein paar deutsche Teams drinbleiben. Jetzt ist ja Leverkusen auch rausgeflogen. Also irgendwie, gerade von Leverkusen hätte ich auch ein bisschen mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Martin, der Ossi, danke für deinen Twitch-Primes ab dritter Monat am Start. Da erklärt sich einer die Meisterschale. Vielen Dank für deinen Support, du geile Sau. Ein Toast auf dich als Westerl-Sandwich-Maker. Bam! Ist das Ding durch mit dem Arne Maier? Ne, wie ich in dem Video gesagt habe, also Arne Maier gibt es wohl zusätzlich zur Kaufverpflichtung, die bei 25 Startelf-Einsätzen in der Bundesliga gegriffen hätte, die ja jetzt gar nicht mehr möglich sind aufgrund seiner Verletzung. auch noch eine Kaufoption, die von Augsburg gezogen werden kann in Höhe von 5 Millionen, wenn sie nicht absteigen. Und wenn sie nicht absteigen, dann kann Hertha dagegen auch nichts sagen, wenn sie die Kaufoption dann ziehen. Wie hieß denn der nochmal? Horst, oder? Dennis, hieß der Horst? Bestimmt kommt der nochmal. Da lache ich mir doch den Arsch ab. Hey Tom, gibt es das Cap auch für Männer? Kannst ja alles sagen. Sag mal, das ist das Alex-Schwolo-Gedächtnis-Cappy, mein Lieber. Also ich bitte dich, na hör mal. Ich glaube, mein Schwein pfeift. Was ist denn bei dir los? Der andere Mario, ey, herzlich willkommen in der Edelmann-Community. Begrüßt herzlich den anderen Mario. Wo ist denn unser Haupt-Mario eigentlich? Der nicht-andere Mario. Bist du online? Du hast doch vorhin hier schön was reingeschrieben. Der andere Mario. Herzlich willkommen in der Edelmann-Community. Danke für deinen Support. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker. Du wirst dich hier super wohlfühlen. Und begrüßt Zippe. Vielen Dank für deinen Twitch-Prime-Sub. Auch an dich. Herzlich willkommen. Du wirst dich hier sehr wohlfühlen. Ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker. Und wenn du in der Abo-Falle bleibst, dann gibt es in den nächsten Monaten ein richtiges Abzeichen, nämlich den DFB-Pokal. Du geile Sau. Wie findest du den zweiten Torwart, der zu Dortmund wechselt? Du meinst unseren fünften Torwart, Lottka? Den finde ich gut. Bettis hat 1-0 gemacht. Krass. Verlängerung dann, ne? 70k werden bei Hertha 140 Minuten zu spät kommen, ja? So schnell geht's. Da hat der gute alte Kevin Prince-Boateng ganz schnell mal eine Saison für umsonst gespielt, wenn er so weitermacht. Die fangen jetzt alle an mit streamen, weil die merken, dass wirklich jeder Penner Geld verdienen kann. Also das ist eigentlich ein Grund für ein Timeout, denn das so, jetzt reicht's mir hier mit dir. Was soll denn das heißen? Hä? Ist das ein Front oder was, du Penner? Ja. Das denkt jeder. Aber keiner ist so cool wie wir. Wann und was gucken wir heute? Wir gucken heute gar nichts mehr. Wir machen hier heute einen Tommy's Coffee Talk. Wir machen beim nächsten Stream, gucken wir wieder was. Ach nee, der nächste Stream ist ja Watchalong und da gucken wir natürlich auch eine Woche in Blau-Weiß und wir gucken Match der Warm-Up und wir gucken natürlich auch bald dieses Interview von Enes Benatira und Chinatouide. Aber das geht so lange, Alter, das schaffen wir heute nicht mehr. Bei unserer Reacting-Schnelligkeit brauche ich dafür drei Stunden, ey. Nee, geht nicht. Ich muss morgen um sieben Uhr raus. Frankfurt zu geil. Ja, ist schade, Alter. Feiert ihr das? Ich finde es schlimm, dass die deutschen Mannschaften so am Abkacken sind. Bald ist es in der Fünf-Jahres-Wertung so, dass nur noch drei Mannschaften in die Champions League aus Deutschland dürfen. Feiere ich gar nicht. Tag, Leute. Bin positiv und hatte es geplant, zum Hoffenheim-Spiel zu gehen. Wenn die da gewinnen, bin ich salzig. Okay. Keine Ahnung, was du mir damit sagen willst, aber das freut mich. Wann kommt Axel Kruse? Zu mir jederzeit, Alter. Ich habe gehört, der ist gerade in Florida und der kann jederzeit vorbeikommen. Meine Tür steht für ihn offen. Tag der offenen Tür für ihn jederzeit. Wann geht es am Samstag los mit Streamen? Also wenn Matchday Warm-Up, müssen wir mal gucken, mit wem das ist und wenn eine Woche in Blau-Weiß, eine Woche in Blau-Weiß und Matchday Warm-Up, eigentlich müssten wir spätestens 13.30 Uhr anfangen, würde ich sagen. Was sagt ihr? 13.30? 14 Uhr? 13 Uhr? Alter, ne, dass es dich noch gibt, Alter, ich mache mir jedes Mal Sorgen. Ey, das ist schön, dass du noch am Leben bist, mein Lieber. Languste, Supporter seit Tag 1, danke für deinen Tier-One-Sub. Acht Monate am Start, aber eigentlich seit Anfang an da. Es liegt ein Stück weit an der Tagesform. Mal sehen, welchen Running Gag Felix Maggert hinzufügt. Ja, bin ich auch gespannt. Leider ist er ja morgen bei der Pressekonferenz nicht am Start. Es sei denn, er macht die Pressekonferenz aus seinem Wohnzimmer im Waldorf Astoria in der Presidential Suite per Zoom-Call. Das kann natürlich sein, aber auf jeden Fall vielen Dank, mein Lieber Langusta. Ein Toast auf dich, jetzt wärst du ein Sandwich-Maker, du geile Sau. Und da ist fast der nächste Habtrain am Start. Bei der Geschwindigkeit um 11.30 Uhr, hast du eigentlich recht. Hast du eigentlich recht. Um 8, Alter, um 8, da drehe ich mich noch dreimal, seid ihr geisteskrank. Hey Tom, hörst du dir den Podcast-Hauptstadt-Derby an? Ne, eigentlich gar nicht, aber der Daniel hatte mir den empfohlen und da habe ich mir den mal, also den letzten habe ich mir komplett reingezogen heute. Aber eigentlich bin ich nicht so ein Podcast-Fan, um ehrlich zu sein. Ich gucke lieber meine eigenen Videos. Gar nicht selbstverliebt. Die werden verlieren und dann stehe ich am Sonntag auf dem Teufelsberg und lache mir den Arsch ab, wie die Truppe geschliffen wird von Felix. Naja, Felix ist ja leider nicht dabei, aber von den anderen Brüdern. Felix Magath nervt jetzt schon mit seinem äh 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 ist immer noch besser als ja, ja, ja. Ich habe leider Corona. Ja, Corona haben ja gerade viele Hauptsache, du hast keine großen, sag ich mal, Symptome, dir geht es nicht schlecht. Ich wünsche dir natürlich trotzdem gute Besserung. Hast du das neue Video von Manu Thiele gesehen? Nein, habe ich nicht, aber da können wir leider auch nicht drauf reagieren, weil der auch so ein komischer Lizenztyp ist. Lichte es hier noch die Abmahnungen reinflattern. Spaß. Ich habe Samstag frei, um 8 Uhr bin ich noch auf Wolke 7 und stehe gegen 14 Uhr auf. Na dann, siehst du, 13.30 Uhr ist super. Stellst den Wecker auf 13.30 Uhr, wirst wach mit unserem Stream. Das ist doch perfekt. Der Zoom-Schleifer, ja, ja. Zoom-Schleifer ist auch gut. Felix Abi denkt sich gerade neue Übungen aus, um die Jungs zu quälen. Der macht nichts anderes. Also in seiner gesamten Freizeit denkt er sich eine Übung aus. Husten, schnupfen, leider sonst, aber soweit okay, das geht ja noch einigermaßen. Bist du wieder cool mit der Hertha-Base? Es ist alles neutral, sage ich mal so. Wie lange brauchen die Maßnahmen von Felix Magath? Keine Ahnung. Ich hoffe, die brauchen nur drei Tage, aber ich weiß es leider nicht. PK mit Co-Trainer und Bobitsch? Ja, wird wahrscheinlich so sein. Wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen, dass mal irgendein Trainer zugeschaltet war, war ja bei Adi Hütter, bei Gladbach auch nicht so, aber ich denke mal, das wird mit Co-Trainer Fotheringham oder wie der heißt sein. Habe einen Talk in Discord erstellt, wo ein Bildschirmübertragung anmachen kann und dann alle zusammen Videos etc. schauen können. Ist das gesetzlich erlaubt? Nicht, dass ich dafür auch noch belangt werde, Alter. Erstmal alles durch exerziert, wie ich demnächst meine Thumbs mache. Ja. Viel Spaß, mein Lieber. Richtig Bock auf Streamsuche und Hertha-Spiel. Gehst du nicht ins Stadion? Was arbeitest du? Wie alt bist du? Wie heißt du? Fucker, René? Dein Tipp gegen Hoffenheim und bis zum Stadion. Ich bin nicht im Stadion und meinen Tipp werde ich morgen in meinem Video abgeben. Ich wäre schon froh, wenn wir am Samstag mal wieder zu Null spielen. Da kann ich aber nur lachen und mich zurücklehnen wie Felix und die Boys. Ich kann mir gut vorstellen, dass Felix vorm TV-Sitz und bei Bedarf die elektronischen Fußfesseln bei den Spielern aktiviert. Ja, definitiv. Der hat da so zwölf so eine Knöpfe. Ne, zwölf so eine Knöpfe. Einer ist noch für den Co-Trainer und die werden immer dann aktiviert, wenn ihm etwas nicht passt. Gibt es eigentlich schon Infos zu einem möglich talentierten Rechtsverteidiger, den sie an der Angel haben sollen? Ne, keine Ahnung. Aber die haben ja gesagt, ein junger, talentierter. Warst du schon mal im Dortmund-Stadion? Ja, dreimal. Mein Tipp 1-1, wenigstens einen Punkt, würde ich unterschreiben. Solange wir damit kein Geld machen, ist es erlaubt. Also all good. Ja, das stimmt. Solange ihr damit, aber die Gewinnerzielungsabsicht ist ja bei mir trotzdem da, weil ich als Unternehmen gelte. Deswegen lasst es mal lieber. Ich habe keinen Bock auf so einen Scheiß, irgendwann mal hier Geld zu bezahlen für irgendwas, wofür ich gar nichts kann. Meinst du, Felix hat Covid durch Dirk Duffner bekommen und seine Kaffeebecher? Die Kaffeebecher, das kann eigentlich nicht sein. Die sind immer äußerst sauber, damit man auch die verschiedensten Bohnen in den verschiedensten Gängen zu den verschiedensten Zeiten, also er hat ja gewisse Bohnen zum Beispiel, die nimmt er um 11.30 Uhr zu sich, dann um 11.45 Uhr wieder andere Bohnen und damit der Geschmack auch nicht verfälscht wird, müssen die Tassen jeweils durch fünf verschiedene Reinigungssysteme in Form von einmal wird es per Handwäsche gemacht, dann zwei verschiedene Geschirrspielmaschinen, dann gibt es noch einen Föhn, dann nochmal eine Handwäsche von seiner Assistentin und dann handgetrocknet und von daher glaube ich nicht, dass man sich da anstecken kann. Hast Tico, man sagt immer, da kann nichts passieren, ich hätte auch niemals gedacht, dass hier so ein Scheiß dafür sorgt, aber lass es mal bitte lieber, macht es mal lieber weg, auch wenn es vielleicht cool wäre, sonst müsst ihr euch da irgendwie selber einen Discord erstellen und das machen, aber das geht leider nicht. Hast du dich zu dem Vorfall von den Hertha-Hooligans geäußert? Ich habe überhaupt nichts mitbekommen, um ehrlich zu sein. Hertha-Hooligans? Was hältst du von der Gegenbauer raus? Petition habe ich mir noch nicht durchgelesen, hat mir heute einer geschickt, muss ich mir mal durchlesen. Also von Gegenbauer an sich halte ich natürlich nicht sehr viel, was hat er das letzte Jahrzehnt hier groß gerissen? Naja. Kassiert Maptic nicht auch irgendwann mal Strikes wegen den Thumbs? Der hat ja immer Spieler drauf. Du kriegst keine Strikes dafür, das kann halt, wenn du Pech hast, muss ja auch, es kann sein, dass es niemals passiert, aber es kann sein, dass irgendwann ein Fotograf kommt und sagt hier, das Bild ist meins und da möchte ich jetzt 3000 Euro für haben, weil du damit Geld verdient hast. Pech gehabt. Wie stehst du dazu, dass Mitglieder ihre Karten gegen Union auf Ebay verkaufen? Feiere ich null. Finde ich nicht cool. Ich verstehe es natürlich, dass einige Leute überall irgendwie versuchen, Geld mitzumachen. Das sind ja jetzt auch keine einfachen Zeiten, aber das feiere ich gar nicht. Kannst du auch so viele Sprachen wie Taifun sprechen, also so gut Englisch wie er kann ich auf jeden Fall auch. Definitiv. Ich habe echt ein wenig Angst vor der Mitgliederversammlung, gerade wenn wir absteigen, das wird nicht schön und wird uns wieder dumm aussehen lassen. Ja, könnte passieren, könnte passieren. Zero Zero, mein lieber, guten Abend. Nach der Union-Niederlage sind die Hooligans oder Ultras auf das? Das ist ja jetzt erst mal schon ewig her und das waren auch keine Hooligans, das waren die Ultras und ja, habe ich ja schon gesagt. Also ich finde es nicht gut, was da als letzter Satz geäußert wurde aus dem Affekt, aber ihr seht ja, es ist keine nächste Stufe gezündet worden, also alles gut. Verstehst du das mal, dass da mal, ach, da habe ich mich schon genug zu geäußert, gibt es ja auch YouTube-Videos zu. Wenn du könntest, welchen Spieler der Welt würdest du sofort zur Hertha holen? Kimmich. Wegen seiner, wegen seinem Mindset. Bist du Mitglied? Ja, klar. Deswegen will ich ja auch eigentlich Karten gegen Union mir holen, aber das hat ja technisch heute nicht geklappt. Und ich, ja, hatte jetzt auch keine Zeit, mich da mit 5 Stunden auseinanderzusetzen und irgendwelche Hotlines anzurufen, also so viel Zeit habe ich dann auch nicht. Beste Trainer-Ausraster-Rede neben Korkut-Antil-Shit natürlich, also ich finde schon, dass die Trapatroni-Rede einfach legendär ist, aber diese lache ich mir doch einen Arschab-Rede ist einfach auch geil, deswegen haben wir die auch als Alert. Nament erst mal den Stream gönnen und dann das Video abchecken, so muss das sein, mein lieber Headliner, alles richtig gemacht, mein Lieber. Kauf doch auf Ebay, das ist eine super Alternative, du Pedder. Ey, ihr habt ja coole Ideen, soll ich, hast du einen Link von deinem eigenen Ebay-Account vielleicht, wo du es fürs Dreifache verkaufst? Tom, habe gehört, dass ich bei dir pennen darf am Derby-Wochenende, ja, kannst ja mit Nali abklären, die wird dir aber sowas von eine Backpfeife geben, Alter. Größter Fehlankauf bei Hertha jemals für dich? Ist schwer, ist wirklich schwer zu sagen, aber bis jetzt, also auch wenn er jetzt in der letzten Zeit nicht so verkehrt spielt, aber einfach wegen der Summe schon Toussaint auch, ja, alleine, dass er jetzt nur noch 8 Millionen wert ist und wir ihn für 25 geholt haben, ja, Luke Bakchio auch schon ziemlicher Fehlankauf, damals auch Andre Lima ein sehr, sehr großer Fehlankauf, gibt schon einige. Knackst du die drei Döner-Markingen hoffen? Ne, das schaffe ich nicht, also drei Döner ist dann auch mit Käse ist dann auch für mich zu viel, auch wenn ich sehr dick bin, aber, ja, Luisao war ja im Endeffekt kein Fehlankauf, weil der war ja ablösefrei, aber er war natürlich auch schon, ja, Wichnjarek war auch tragisch, vor allem das zweite Mal, als wir ihn geholt haben, also das war schon sehr, sehr bitter, das war schon sehr, sehr, sehr bitter, muss man sagen. Wichnjarek, ey, Wichnjarek, also beim ersten Mal dachte ich, der ist krass und dann beim zweiten Mal dachte ich, ja gut, aber jetzt komm, jetzt kennt der Hertha und jetzt hat der wieder so oft in der Bundesliga getroffen, jetzt muss es doch laufen, jetzt muss es doch laufen und es ist wieder, es hat einfach wieder nicht funktioniert. Bobic war doppelt der Fehlerkampf, das kann man auch so sehen, das kann man auch so sehen, ja. Ei, 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 Bobic hat acht Tore insgesamt geschossen oder so, also weniger als Julian Schiemer, müsst ihr euch mal überlegen. Denkst du gegen, äh, im Derby sind die Ultras wieder am Start? Ja, denke ich. hab auf FIFA Karrieremodus angefangen mit Hertha und Bergwein und Deli geholt, ja Deli ist vollkommen realistisch, ey, Deli Alli hatte bei mir mal beim FIFA 21 hab ich Deli Alli auf 98 hochbekommen, Alter. Der andere Mal, ein Toast auf dich, als wärst du ein Sandwich-Maker, du geile Sau, danke dir für deinen Support. Sind denn noch viele Tickets da, also gegen Union, keine Ahnung, also als ich drin war, waren eigentlich schon noch viele da, ja, also da waren noch genug da, aber ich konnte ja nichts machen, war das Problem. Fand Marcelino, war ein Fehleinkauf, ja, schlechtester Spieler jemals, hat nur genervt, hässliche Frisuren, konnte gar keinen Fußball spielen, Schüsse, schlecht, Standard, schlecht, Technik, schlecht, katastrophal. Polios, mein Lieber, danke für deinen Twitch-Primes-Up, vierter Monat am Start, moin, auf geht's, Hertha, Endspurt, hast du wieder Hoffnung? Dann merkst du das nicht, was ich in meinen Videos für einen positiven Grund-Vibes vermitte? Das musst du doch merken, mein Lieber, was ich für eine Hoffnung wieder gewonnen habe. Natürlich hab ich wieder Hoffnung. Natürlich hab ich wieder Hoffnung. Du wirst wahrscheinlich dann so Drecksplätze kriegen, ja, oder so mega teure, für so 70 Euro oder so pro Karte. Aber wenn du die Plätze anschauen solltest, sollte es klappen? Ja, aber ich bin nicht weitergekommen. Der hat, ist immer abgestürzt, wenn ich die Plätze ausgewählt habe und rein wollte zum Bestellen, aber ich gehe einfach morgen in den Fanshop. Scheiß drauf. Nehme einfach meine Karte mit und dann geht das schon. Es ist auch nicht selbst, es ist auch einfach nicht, also das ist mir schon letztes Mal, als ich mir gegen Gladbach Karten gekauft habe. Also gut gemacht ist es auf jeden Fall nicht. Das kann man schon einfacher darstellen. Bei mir wurde das Spiel nicht mehr angezeigt. Auf der Seite, das war bei mir am Anfang auch so, bis ich dann irgendwann über den Link in der E-Mail gegangen bin für Mitglieder. Dann ging es, aber am Anfang ging es auch nicht. Da wurde mir die ganze Zeit Hoffenheim Karten angeboten. Da wollte mir die ganze Zeit Hoffenheim Karten an drehen, die will ich doch gar nicht haben. Schwolo war ein super Einkauf, auf jeden Fall. Karten bei Groupon ab 12.50 Uhr habe ich nachgeschaut, aber dann nicht gegen Union. Bester Hertha-Torwart. Also mich hat natürlich, seit ich Hertha-Fan, am meisten geprägt Kirai, aber ich fand auch wirklich, weil das waren die glorreichen Zeiten, wo wir die Fast-Meistersaison hatten und der war auch wirklich einfach geil. Also für mich war mega geil Dropni, muss ich ganz ehrlich sagen. Na, angeblich, also sie wissen es ja selber noch nicht, ob der Staat ihnen nicht wieder oder die Stadt oder das Land ihnen nicht wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Eigentlich sollen gegen Union Vollauslastung erlaubt sein. Hast du dich mit Hertha-ID eingeloggt? Ja. Michael Arz, Alter, nee, den feier ich nicht. Thomas Kraft war der Beste, ey, war so schlecht. Der war fußballerisch vor allem auch so schlecht. Ich stelle mal eine, die man wirklich wissen will. Wie viel zahlst du für deinen Haircut? Kommt drauf an, wo ich hingehe. Also da, wo ich heute war, zahle ich für den Haircut 30, für den Bart 10 und für Augenbrauen 10. Aber wenn du nur Haare machst, 30, gibt es auch günstigere. Also brauche, kann man sich ja mal gönnen. Ich gehe ja nicht so oft zum Friseur, aber ja. Was hältst du von deinen Lieblingsverpflichtungen, Khedira und Boateng? Ja, wie du es selber schon geschrieben hast, das sind meine absoluten Lieblingsverpflichtungen und haben sich super rentiert für ihr Gehalt. Sitze gegen Union im Block Nummer 5. Tom, hast du im Stadion schon mehrere Blöcke besucht? Ja, klar. Also ich hatte Dauerkarten für drei unterschiedliche Blöcke. Oberring, ich glaube L1, heißt der L1, rechts neben der Ostkurve, war früher der Familienblock. Da hatte ich mal eine Dauerkarte ein Jahr. Oberring hatte ich mal eine Dauerkarte, Ostkurve hatte ich eine Dauerkarte und sonst saß ich eigentlich schon überall. Ich saß Haupttribüne, Gegentribüne, ich saß ganz hinten rechts am Marathon-Tor, was eigentlich nicht so geile Plätze sind, oben, unten. Also wenig Ecken vom Stadion, wo ich noch nicht saß. Einfach zu Abbas Venezias gehen, nee, dann sehe ich am Ende noch so aus wie die Hertha-Spieler. Das darf nicht passieren. Größtes Talent, dass Hertha durch die Lappen ging. Was meinst du, aus der eigenen Jugend oder wie man hätte verpflichten können? Also größtes Talent, was Hertha durch die Lappen ging, auf jeden Fall Ronaldinho. Der ASMR-Taschentücher-Schnäuzer, das bin ich. Gibt nicht viele davon, die Konkurrenz ist nicht groß, aber ich bin's. Was glaubst du, ob er dann jemals wieder erste Liga spielen wird? Mal gucken, ob der überhaupt zu Dortmund geht. Da würde ich mal abwarten. Aber wenn, also der ist mindestens ein Zweitliga-Torwart, das sage ich auf jeden Fall. Machst du mal ein Video zum eventuell neuen Stadion? Ja, hab ich schon so oft gemacht, da gibt's ja bisher nix Neues. Also es gibt nix Neues zu einem neuen Stadion, also brauche ich auch nicht ein neues Video machen. War einer von euch, war einer, das würde mich auch mal interessieren, war einer von euch schon mal bei Abbas Venezia? Da muss er auch so ein cooles Foto machen, wie immer Pal und so, mit ihm. Ich meinte, wen Hertha mal hatte und dann abgegeben hat, weil die dachten, der wäre zu schlecht oder so, also einfach Talenten nicht erkannt. Das ist schwer einzuordnen. Also ich meine, Luca Netz haben wir schon das Talent erkannt, aber ihn viel zu früh abgegeben. Dann müsste ja quasi einer sein, der aus der Jugend gegangen ist. Aber was heißt immer Talenten nicht erkannt? Also ich meine, auch bei dem, der dann zu Bayern gegangen ist und der jetzt wieder hier in Serbien ist, da wusste man ja, was sein Talent ist, aber man hat ihn einfach abgegeben. Ja, Andrich, stimmt. Andrich, hast du recht. Joschi, Andrich, hat man ja gar nicht das Talent erkannt, hast du recht. Andrich, würde ich auch sagen. Würde ich auch so sagen. Ich habe Abbas vor Jahrhundert in der Spree gesehen, er war so am Pokémon Go spielen. Was, Alter? Oh mein Gott. Aber ich könnte ihn, ich würde ihn gar nicht wiedererkennen, also ich habe ja sowieso so eine Gesichtserkennungsschwerheit, also nicht wundern, falls wir beim Community-Treff sind und ich erkenne euch nicht wieder, wenn ich euch das letzte Mal gesehen habe. Ich habe da irgendeine Störung. Schade wollte die majestätische Aura vom Boss Don Magath live am Samstag im Stadion spüren und das hoffentlich beim Warm-Up die Medizinmelde rollen. Ja, du wirst die Aura trotzdem bis ins Stadion spüren. Du wirst es trotzdem spüren, Digga. Christopher Lenz, der spielt doch gerade mal bei Victor... Ne, wo spielt der? Ne, der spielt bei Frankfurt, ne? Ja, aber ist jetzt nicht so gut wie Andrecht, das kann man jetzt nicht vergleichen. Maximilian Philipp hat damals sogar gesagt, er wäre zu schlecht. Christopher Lenz wurde angenommen, ist dann aber aus Solidarität auch gegangen. Philipp, ja, hatte auch Zeiten, wo ich dachte, ey, der würde noch richtig abgehen, aber dann nach seinem Wechsel nach Russland auch irgendwie nichts mehr draus geworden. Dig werde ich nicht als meine Gesichtserkennungs-App nutzen. Ne, solltest du auch nicht tun. Wird der jetzt voll langweilig ohne Reaction? Was? Ne, wir machen ja noch Reactions. Wir können halt bloß nicht mehr auf die PKs reacten. Wir reacten natürlich weiter auf den Ertana, wir reacten auf Warschirmusik, wir reacten auch auf andere Videos, bloß halt auf keine Bundesliga-lizenzierten Videos. Wir können auch weiterhin auf Hertha-Videos wie eine Woche im Blau-Weiß und so reacten und auf Interviews, aber auf den Rest halt nicht. Was sagst du eigentlich dazu, dass Santi letztens von Freddy zum Training gefahren wurde? Das habe ich gerade erst erfahren, also das hat mir Dennis gerade erst gesagt, das finde ich sehr geil. Ich weiß zwar nicht warum, das muss ich mir erst mal durchlesen, aber alleine diese Tatsache finde ich schon bewundernswert. Wenn du dir kostenlose Karten ausruhen könntest, VIP-Launch natürlich, Digga, da ist alles umsonst, natürlich die. Du musst doch mal Werbung machen für die Partnerschaft. Ich habe schon einmal Werbung geschaltet zwischendurch, aber anscheinend kriegt das ja immer keiner von euch, aber geschaltet habe ich sie. Kann ich sie dafür, wenn die nicht ankommt. Hehe. Also nächstes Mal zum Beispiel Habibo reagieren wir erstmal auf das Interview von Ruth mit ED und Enes Benatira. Also sowas machen wir natürlich noch. Das Einzige sind halt die PKs. Es ist schade, weil das einer meiner Lieblingssachen war, worauf wir reagiert haben, muss ich schon sagen, aber so ist es nun mal. Man kann es nicht ändern. Es ist, das Leben ist hart. Der Rechtsstaat ist ungerecht, aber man kann es nicht ändern. kann es einfach nicht ändern. Und wir werden uns schon die Zeit vertreiben. Champions-League-Sieger habe ich schon gesagt. Wer wird Europa-League-Sieger? Boah, schwer. Eigentlich wäre es geil, wenn es mal Leipzig schafft, oder? Was sagt ihr? Also die sind gerade so gut drauf, man könnte es denen schon zutrauen, aber irgendwie reißt ja in der Europa-League nie einer so wirklich was. Frankfurt ist mal relativ weit gekommen, aber ich bin ja auch kein Leipzig-Fan, aber ja. Ja. Ich gucke gerade hier was. Das ist immer so lustig, Alter. Okay. Kannst du das Video nicht veröffentlichen und trotzdem eine Reaction machen, sozusagen als Podcast? Ne, kann ich nicht. hoffentlich spielt ein Sona so gut wie sein Kleidungsstil. Ich hoffe, der wird nicht der nächste Maulieder. Ich hoffe, er ist wirklich, wirklich sehr, weil ihr müsst überlegen, der war bei einem Zweitligisten in Frankreich. Ja, also. Ich habe irgendwie da eine leichte Angst und eine leichte Befürchtung, ja. Oh, Grally, mein Lieber, danke für 100 Bits. Grüß dich. Ich bin gegen Hoffenheim nach längerer Zeit mal wieder im Stadion. Gibt es eigentlich Vollbier oder nur alkoholfreie Plärre? Das weiß ich leider nicht, aber da solltest du dir unbedingt vorher dich drüber informieren, mein Lieber. Danke für 100 Bits, ja. Ich finde Underground Berlin sehr Kaugummimäßig in die Länge gezogen. Hat man 30 Minuten gesehen, hat man quasi alles gesehen. Die letzten Folgen habe ich gar nicht gesehen. Ich habe nur die ersten drei Folgen gesehen. Kannst du eigentlich nur die PK als Audio anmachen? Nee. Audio und Bildrechte sind lizenziert. Ein Sona wird absolut der nächste Maulieder. Ich hoffe nicht, aber ich habe irgendwie die Befürchtung. Am Ende sind es alles schlechtere Lukebakios. So muss man ja auch mal ehrlich sagen. Sind zwar alle besser, äh, billiger, günstiger, aber am Ende sind es Spielertypen wie Lukebakio in schlecht. Warst du schon mal beim Ligaspiel außerhalb der Bundesliga, Premier League, La Liga? Äh, nee. Ich war nur DFB-Pokal und zweite Liga. Und vierte Liga. Oh ja, stimmt. Seat Salijovic war auch ein Talent, was weggegangen ist. Ja, Riesentalent. Aber das lag an anderen Sachen. Der hatte in Berlin, äh, ja, zu viel Ablenkung um, äh, ja, möchte ich jetzt nicht drüber reden. Ähm, ein Sona Maulieder auf Wish bestellt, obwohl Maulieder Dodi auf Wish bestellt ist. Ja, und was ist dann Dodi auf, Dodi ist dann, äh, keine Ahnung, wer auf Wish bestellt, Alter. Ja, Lazaro war, also fußballerisch wirklich eine richtige Stütze. Äh, 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 kann es die PK als Gedächtnisprotokoll machen? Ja, überlege ich mir mal, ob ich das mache, keine Ahnung. Ich mache das dann lieber anders, sondern neben so Einzelaussagen, ich mache ja Freitag immer ein Video, wo ich meine Tipps abgebe und meine Aufstellung. Ich werde das dann damit einbauen. Das wird trotzdem cool sein und werde ich damit einbauen. Das passt schon. Lass den Jungen doch erstmal spielen, bevor er gelabert. Ich habe ja gesagt, ich hoffe, er wird es nicht, ähm, aber schauen wir mal. Im Endeffekt auch ein Maulida, äh, hat natürlich bis jetzt noch nichts gerissen, aber hat eigentlich auch Anlagen, die kein anderer bei uns hat. So ehrlich muss man ja auch mal sein. Tom, man lädt so andere YouTuber, anderer Vereine ein. Das Format hat mir gefallen, als du beim Bremer eingeladen wurdest, äh, zusammen mit Nürnbergern und dem Gesinde. Mann, Junge, ey. Äh, ja, habe ich auf jeden Fall vor. Gerade im Sommer will ich das eigentlich viel machen, aber dafür brauche ich erstmal einen, äh, ein neues Notebook, weil der hier nicht leistungsstark genug ist, um quasi gleichzeitig Discord und, äh, Dings offen zu haben. Aber habe ich auf jeden Fall vor für den Sommer, weil da ist auch interessant, so vor der Saison so Vorschau zu machen, Transfer-Talks zu machen und sowas alles, ja. Oder Rückblicke. Ähm, habe ich auf jeden Fall vor, auch so ein Format zu machen. wird auch kommen. Wird definitiv kommen. Aber, ähm, wie gesagt, ich habe halt auch noch einen richtigen Job. Ich muss halt auch schauen, dass ich trotzdem noch mich um mein eigenes Business kümmern kann. Aber das heißt ja nicht, dass ich euch hier nicht mit jeden Tag geilem Content versorge. Und geilen Streams. Und gerade, gerade jetzt, wo dann die Pressekonferenzen als Reaction wegfallen, haben wir ja auch pro Woche, sage ich mal, vier Stunden mehr Zeit. Und das wäre natürlich zum Beispiel eine Zeit, wo man dann dafür eben anderen Content machen könnte, wie zum Beispiel einmal eine Woche ein Talk mit der Community in Discord, aber eben auch mit anderen YouTubern. Und das werde ich auf jeden Fall machen, sofern ich es denn hinbekomme. Fand aber, du bist ein bisschen untergegangen, weil du der einzige Bundesligist warst. Ja, das war halt ein bisschen schade. Wir wollten eigentlich zwei Bundesligisten und zwei Zweitligisten nehmen. Hat aber nicht geklappt. Ähm, und ja, deswegen, ähm, wird sicherlich auch nochmal eine andere Kombination sein. Aber man braucht sich dann auch nicht in den Vordergrund drängen. Wenn es um Zweitliga-Themen geht, brauche ich mich nicht in den Vordergrund drängen, weil da bin ich auch dann einfach kein, äh, bin ich dann auch einfach kein Experte. In vier Stunden schläfst du durchschnittlich am Tag? Durchschnittlich würde ich sagen sechs bis sieben. Was ist denn mal wieder mit einem FIFA-Stream? Ja, auch das im Sommer gerne. Wie lange brauchst du, um mein YouTube-Video zu schneiden? Also eigentlich nicht so lange, weil wenn ihr mal in den Videos ja kennt, wisst ihr ja, die meisten Videos von mir sind kaum geschnitten, ja. Also ich habe sehr, sehr selten mal einen Cut drin. Ich mache komplett Freestyle, deswegen sind da auch einige Fehler ab und an mal drin. Aber, ähm, ja, eigentlich nicht, nicht so lange. Also mit, es dauert halt das Hochladen, die Beschreibung, Thumbnail, äh, Text, Beschreibung und alles Mögliche. Das dauert dann schon immer ein bisschen Rendern, aber das Schneiden an sich dauert vielleicht zehn Minuten, wenn überhaupt. Ne, geht auch nicht. Es geht, ich kann, darf auf gar nichts reagieren, was nicht von mir selber erstellt, ist mein Lieber, was Pressekonferenz zu tun hat. Mal ein anderes Thema, zockst du gerne, abgesehen von wie viel? Ja, früher habe ich schon gerne gezockt, also mein Lieblingsspiel war schon so GTA, muss ich sagen, in allen Versionen, ob GTA, West City, San Andreas, vier, fünf, aber, äh, keine Zeit, Digga, wann soll ich denn das noch machen? Ich habe eine Fulltime-Selbstständigkeit, ich habe, äh, YouTube jetzt schon fast wie ein Business aufgebaut, ich habe zwei YouTube-Kanäle, einen Twitch-Kanal, also, da habe ich keine Zeit für. Ich habe eine Freundin, das ist das Maximum. Hast du einen Migrationshintergrund? Ne. Also, ich habe einen Migrationshintergrund im Haus. Ähm, was hältst du davon, sein Auto zu verlieren? Ja, jeder, wie er will, ne? Jeder, wie er will. Äh, ja, okay, das heißt, ähm, ich würde sagen, wir belassen es heute mal dabei. Am Samstag gibt es dann wieder einen sehr, sehr geilen Stream ab 13.30 Uhr. Wir gucken die, ähm, Pressekonferenz wollte ich schon sagen, wir gucken eine Woche in Blau-Weiß, wir gucken Matchday-Warm-Up und machen Watch-A-Long für alle, die nicht ins Stadion gehen können, wollen oder was auch immer. Dann, ähm, ja, ab nächste Woche, äh, ähm, ab nächste Woche wird es dann weitergehen. Ähm, ich werde mir neue Sachen überlegen und ich habe trotzdem noch etliche Videos, auf die wir reagieren können, wollen und müssen. Eheh, 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 Untertitelung des ZDF, 2020